Die Welt hat noch nicht so höch geschrieben. Es ist halt so, dass ich im Moment halt unwahrscheinlich glücklich bin, hier starten zu dürfen, weil es ein besonderes Rennen ist. Wir sind das 25. Mal dabei, jetzt im Endeffekt. Das Rennen ist das 25. Jahr alt und das erste Rennen nach der Tragödie am World Trade Center und es ist halt für uns auch sowas Besonderes. Das ist ein bisschen zufrieden. Sie haben Bunker gear, sie haben Smoke Tire, wir haben einfach shorts, T-Shirts und ihr euch, die uns so viel zu unterstützen. Es wird einfach sein. Das ist der Olden und der Youngen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.